die langsam gestartet ja komm fahrt vor leute ich mache piano und da sind flügelteile geflogen bei dir alles gut ich bin mir ist als gucci bin auch ein 13 aber es dreht sich einer weg da waren flügel hier liegen überall so und jetzt können wir anfangen langsam leute zu überholen start ist geschafft da habe ich fast mein auto hat sich weg dreht was hat er wirst ja ich habe nur einen mitgenommen rutschke ist dnf aber den hat sich überfall muss der sowieso an der box hatte sowieso einen kaputten flügel wenn ich dann richtig gesehen habe tja leicht gelber oder ja was heißt leicht gelber flügel halt da fahr jetzt mit weiter aber ich habe flying hinter mir der ist schon wieder nervös der will schon wieder überall vorbeikommen überfall der hat garantiert eine fünf sekunden stop und go bekommen der war zu schnell in der box das habe ich gesehen ich habe mir vorbeikommen ja da gesorgen auf einem platz zwei plätze sozusagen verloren und der meinung ist er müsste sofort weiter kämpfen obwohl er verstehe gekommen ist ich habe noch einen platz verloren weil er gut ich habe hier ich 하지 nichts ich 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielleicht sind wir die anderen Leute auch gestrafen. Ja, vielleicht sind wir die anderen Leute auch gestrafen. Das ist tatsächlich, die Leute schaffen, auf dieser Strecke DNF zu gehen. Das wundert mich. Genau. Da musste ich leider ausruhen, was denn richtig kacke war. Ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich Zeuge von dem Unfall. Du bist involviert? Nee, jetzt ist erst mal nix mehr. Goll, ich werde auch gleich Zeuge von dem Unfall. Also. Oh, hier ist Fünf-Mann-Battle. Ja, ja. Tja, der Flügelschaden, der hat mir zu viel Zeit gekostet, leider. Ja, da steht der mit, genau. Oh, abseits der Strecke, guck mal. War's das? Ich fahre lange in der Drei-Sekunden-Strafel. Das Hack-Mick hätte nicht passieren können. Oh, fahre, freu mir. Ja, nein. Okay. Was ist los? Du siehst so aus, als hättest du die Streckenbegrenzung nicht eingehalten. Wir haben gerade drei Strafsekunden erhalten. Ich habe gerade nochmal eine Strafe bekommen. Wie fährt es damit eigentlich? Weiß nicht. Wow. Flying Skies langsam gefahren, dadurch bin ich hinten drauf gefahren. Danke, guck mal, ist das. Weiß nicht, die Strafen zu ordnen hat, aber gut, war auch kein Unterschied. Weiß nicht. Tja, hat er weniger Strafen. Neun da. Kackstrecke, einfach nur eine Kackstrecke. Die können sie echt aus dem Rennkalender nehmen. Das ist, weißt du, auf irgendeinem Flugplatz ein paar Linien gezogen und das als Rennstrecke bezeichnen. Das ist schon trauriger. So, alle abgekürzt. Alle. Das ist gleichzeitig. Also, am glücklich.